sehr schön das sieht jetzt scheiß nach bearbeiten immer nur wieder voll in die länge ich habe auch manchmal b platziert also kann man erstmal machen und dann das hier ist jetzt das offene meer also hier dieser offene große seite zu wissen was ist das denn haben die nur haben die ein haus auf ein haus gesetzt oder was ist das sieht ja geil aus willst du mit dem fallschirm abspringen das ist das wenn kampfschrauber das ist das auch ein blackhawk bis genau rüber also mal oben auf dem berg zu landen tango getroffen ich sehe ein zweites ziel noch ein dritter setze drohne ein also das ding ist jetzt auf jeden fall weitaus besser bewacht als das andere sieht aber sehr interessant aus ich sehe einen scharfschützen mit dem sind es fünf der tango ist hin eine scharfschütze hat irgendwas bemerkt wir müssen unbedingt in das gebäude rein da hängen ja ein paar geile bilder an der wand das ist ein treffer die außen sind tot ob es nur noch die beiden scharfschützen oben da können wir aber hin dass eine treppe oben im schlafzimmer hängen geile bilder also jetzt nichts erotisches aber zum lachen ich glaube da hat sich einer selber verewigt oh guck mal ein nippel ging es auch schon wieder mal ne maria das ist ein komisches haus voll die form einer pyramide da ist der schalldämpfer da ist der typisch sehen war der schuss laut ja also ich hab's gehört und ich war ziemlich weit draußen ich habe mich für dich nochmal markiert von da oben müsstest du ihn besser treffen das ist nicht mitbekommen das ist ein treffer siehst du das der schall ist übelst laut aber also ist das nur ab ist der schalldämpfer nur wichtig ab einer bestimmten dinge entfernung anscheinend da hinten ist noch ein schalldämpfer nur da komm her fliegt nicht weg ja kommt nein leck mich doch ich will ihn mal mit der drohne wegfetzen mann was das überhaupt für ein gewehr ach das ist unser was das m40 benutzen die ah sehr schön der hat auch wieder den gettlingern nicht passagier steigt wieder aus du sollst die gettlingern nennen hier hat einer so ein bild das sieht so geil aus so ein richtig so ein heiligen typ mit so einem heiligen schein hat aber eine fette zigarre und eine brille und raubt erstmal ein der hat ein fadenkreuz cool okay also dieser kampfschrauber hat ein fadenkreuz bei der mening komisch das muss wahrscheinlich beabsichtigt dann sein ja wahrscheinlich hat das wirklich was mit zu dem des militärs weil das ding was du da wo du jetzt gerade drin bist das sieht sehr nach militär aus aber eigentlich ist es nur ist es nur Armee grün mehr ist es nicht ja genau gleiche Hubschrauber nur wirklich in der grünen Farbe hier war nichts keine Ressource kein gar nichts hab ich nicht mitbekommen komische Hütte ob man da irgendwann nochmal hin muss ich meine es ist zwar gut bewerben aber das ist interessant sobald du abgeflogen bist habe ich keinen fadenkreuz mehr ach so okay ich lande mal ne immer noch nicht wahrscheinlich erst wenn der motor aus ist warte er geht weg aus fadenkreuz ist immer noch weg jetzt müsste es gleich kommen immer noch jetzt nein fadenkreuz ist immer noch weg gegner getroffen ich steig mal aus okay es ist alles gut so jetzt bin ich ausgestiegen jetzt steige ich wieder ein schütze so jetzt habe ich wieder ein fadenkreuz hm es ist ein bug okay wie soll ich nun hier weg okay die sniper scheint doch laut zu sein man hört das anscheinend doch ganz gut krankfugschrauber die kommen hier lang was sollen wir tun ist doch noch eine zweite alarm an der der fliegt mir tatsächlich weg der fliegt mir tatsächlich weg boah er hat mich der hat mich eiskalt ersägt der hat mich eiskalt ersägt sehr gut er ist fast tot nein er hatte war aber gut tja okay interessant also die sniper haben uns nicht bemerkt und da war es ganz still da ist ein zug vorbeigefahren ich habe laut geschossen und der hinterste typ hat es gehört interessant ja aber das ist wirklich ein geiler bug mit dem fadenkreuz ja also haben die dinger ein fadenkreuz es wird noch nicht angezeigt genau es wird noch nicht angezeigt also wird der wahrscheinlich der der kampf hubschrauber auch ein fadenkreuz haben man sieht es nur nicht ja komm so lange braucht der ladebildschirm auch nicht sein komm gib Gas du bist schon längst wieder aus dem ladebildschirm raus das ist auch geil ich hätte gar keinen der hatte ich gesehen oder so die drohne ist oben also hier muss noch einer sein aber ich weiß nicht wo direkt hier vorne beim hubschrauber oder was da da ja ich habe nach rechts geguckt habe schon wieder irgendwen entdeckt einfach rechts auch gut zivilisten was ist denn das hier sowas hat wie eine müllinsorgung oder was ey äh das ist das hier es ist ein wiefgang einfach jetzt naj cha hmmm alter wir setzen eine markierung damit die rebellen den nachschub holen blöds gekratzt im hals gegner getroffen rechts ist frei ich werde mal wieder meine schallgedämpfte sniper nehmen da ist eine komplette truppe drin du tötest ein drei leute werden wieder markiert das ist sogar die straße sieht erstmal frei aus okay alarm ist aus sind ein paar misstrauisch geworden der eine ist oben auf dem dach generator ist aus der ist im gebäude da hinten bei mir aber den krieg noch nicht das andere haus ist ist aufmerksam geworden oh hier bei mir ist einer drin wo kommst du denn her jetzt die knarre leer machen das darf doch nicht wahr sein den habe ich nicht gesehen ich habe mich auf den anderen konzentriert gerade ja kein problem ich dachte auch nicht dass der runter kann da muss umfundet vom dach aus eine treppe nach innen sein ich dachte ich habe nur die treppe von außen gesehen nicht von innen nach dem was auch daumen ja ja darum habe ich ja gesagt weil ich will sein dass ich nachladen müsste die scheiß mühe doch nicht umsonst gemacht gerade alle hier weg zu pusten boah ok leckt mich doch am arsch leckt mich doch am arsch leckt mich selbst am arsch setzte drohne ein ich zeile 5 ich werde mir die ganz links schnappen dann kannst du schon mal rechts nehmen Tango getötet G1 habe ich da ist noch einer nach 10 oh nein Rebellen Rebellen sind ausgestiegen so weit so gut machen nix hier vergleich ist irgendwo noch einer ja du müsstest du sehen wer ist da auch eigentlich bei dir ja ja ich muss nur gucken dass ich wenn ich über den Zaun klettere dass ich während der Kletteranimation nicht erschossen werde der hat sich gerade in dem Moment umgetreten der Scharfschütze geht oben aufs Dach hab ihn hab ihn da ist noch einer der ist jetzt reingegangen ah das da ah man kann durch den ersten alles klar das wusste ich ihn wo hast du sie beim Labor hast du noch irgendwelche orangenen Kreise oder so orangenen also bei mir sind die alle noch normal orange ne ich meine diesen Nebel hast du diesen Nebel noch auf dem Minimap oder hast du alle markiert ja habe ich hier bei mir noch ok ich gehe mit dem Haley kurz rauf die müssen hier irgendwo sein einen habe ich noch rechts jetzt der muss hier wahrscheinlich im Gebäude sein ne ist nicht zwei sind unten in dem Haus wo ich gerade bin ist da noch einer drin ein dritter ähm nein in dem Haus bis zu zwei scheiße sind wir drin draußen läuft noch einer ich versuche ihn zu kriegen ja hab ihn oh nein die haben gehört wieder gefallen es ist nicht wahr hm Alarm die suchen uns vorsicht das ist so geil die konnten ihn gar nicht fallen hören die konnten ihn gar nicht fallen hören und wo ist noch ein zweiter Alarm Achtung Kampfhubschrauber in ein paar Sekunden sind die bei uns was machen wir boah der Hubschrauber er jagt mich wow 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 fuck er hat mich ich bin da ich wollte den zweiten Alarm ausmachen dass denn keine Verstärkung mehr kommt hinter dir kommt auch gleich noch einer pass auf 35 Sekunden 20 Sekunden 8 Sekunden was auf der Hubschrauber kommt zu dir ja soll er machen ich bin im Haus ok ok bin gespawnt ich versuche den anderen äh Alarm auszuschalten 300 Meter ich laufe hörst du noch einen Alarm oder ist der aus? Abschluss bestätigt der Hubschrauber fliegt direkt zu mir und hört mich sieht mich natürlich klar also ein Alarm sehe ich nicht mehr und höre auch keinen Alarm ist aus so ich habe beide ausgemacht ich versuche mal den Hubschrauber boah er schießt auf mich ich gehe mal ins Haus und versuche den Hubschrauber mit der Drohne zu runter zu holen vielleicht klappt es ja komm komm hab ich ihn? nein die kommen auf uns zu sie kommen zu mir zwei Mann Tango getroffen oh hier ist noch einer nicht markiert bei mir ja ich habe hier auch einen der nicht markiert ist aber ich sehe ihn nicht im Haus hier bei mir das muss Verstärkung sein die nicht markiert war ok ok bei mir ist sauber ich versuche nochmal den Hubschrauber mit der Drohne runter zu holen nein biegt ab wo bist du denn da draußen ist einer ich markieren die für dich jetzt müssten alle markiert sein oder? nein da ist immer noch einer das macht fünf ja jetzt sind alle markiert alles klar ich suche den Hubschrauber ich höre hin aber ich glaube er ist weggeflogen ja hier sind noch mehr scheiße boah das war knapp wo zum geier irgendwo da hinten am Arsch der Welt ach das ist der Hubschrauber oder was? wo zum geier irgendwo da hinten am Arsch der Welt ach das ist der Hubschrauber oder was? Hubschrauber oder was? wir kommen noch mehr bei mir bei mir ja ich gehe von hinten rum das war es mit dem abein der andere kommt wahrscheinlich durchs Haus ich bin ja nicht so arg ich komme da gar nicht ran warte ich so schnell die Summlerobjekte hier ein Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das ist eine... Die eine Ressource, war die oben im Haus? Wo du warst? Jede Frage, ich weiß jetzt nicht mehr. Alles klar, kein Ding, kein Ding. Ich glaube, sie ist ganz oben auf dem Dach. Ja. Im zweiten Stock ist sie. Er macht schon wieder das Kokain platt. Immer so einen ganz leichten, dumpfen Knall. So wie Staub, so weißt du, so fast, weil wenn du Kokain in die Luft jagst. Oh, hier ist eine richtige Waffenkiste, nicht nur ein Waffenteil. Das ist der Plan. Maschinenpistole. SR 635. Hast du die Dokumente eingesammelt, wo du gerade alles zerstört hast? Äh, nein, da ist noch ein Dokument, was ich brauche. Der ist im ersten Stock. Wo genau, da ist noch ein Dokumenteil. Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen. Sie ist zu wichtig, wenn man da reinkommt, in den ersten Stock, aber 29 Meter. Aber ohne Hilfe können Sie sich nicht lange halten. Ah, hier, von außen, wo ich lang bin. Sag deinen Leuten, wir kommen. Ach ja. Auf den Sessel. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ja.